Hallo und herzlich willkommen zurück zu Staxel mit dem lieben Alan, der gerade einen unendlichen Baum fällt. Ja, aber wirklich. Hallöchen auch von mir natürlich an meine Zuschauer und die lieben Zuschauer von der süßen Phoenix. Ja, wir, Phoenix hängt am Strand rum, glaube ich, noch. Ja, ich kämpfe mich gerade, ich versuche mich gerade rechtzeitig zurückzukämpfen, um das noch zu verkaufen, weil ich neugierig bin. Oh Gott, es gibt zum Glück keinen Fallschaden, ich bin nämlich gerade quasi vom Baum runtergefallen. Sei froh, vielleicht gibt es den ja noch. Oh, ich habe einen Zebrafalter gefunden. Hatte ich, äh, ne, Zebrafalter hatte ich, glaube ich, noch nicht. Bin schon mal gespannt, was der macht, oder was der gibt. Oh, ich habe ne Hütte gefunden. Im Wald? Oh, äh, äh, ähm, das ist unser Stall. Ich dachte, ich sehe dich auf der Karte und denke so, hä, das ist doch irgendwie, das kennst du doch, die Hütte. Ja, ich habe ne Hütte gefunden. Äh, äh, äh. Ganz exklusiv. Kühe? Warte mal, gehst du, willst du was? Ja, geh verkaufen. Ja, genau, ich gehe Sachen verkaufen, bevor ich einschlafe. Huch. Oh Gott, Oskar. Jetzt kann ich nicht mehr durch die Fenster springen. Oh, Floppy und Cookie schlafen, das habe ich ja noch nie gesehen. Oh mein Gott, ich will das auch sehen. Ich komme gleich vorbei. Hoffentlich schlafe ich nicht ein, in der Zwischenzeit. Oh. Ja, okay, so viel bringt es eigentlich nicht zum Strand, obwohl, ja, 104, die Masse machte es dann doch ein bisschen. Also, ich weiß nicht, für 14, ich glaube 14 sind das, 14 Muscheln kriege ich 288, obwohl, da finden sich die Muscheln auch sehr einfach. Ja, naja, gut, Kleinvieh halt, ne? Wieder. Ja. Was ist das denn für eine Flöhnze? Oh, heilig. Okay. Loki schläft auch. Wo sind eigentlich, äh, wo ist denn eigentlich, äh, Rover? Ach, da hinten. Hä? Ach, der Rover schläft im Keller, wie cool. Ach, wie cool. Ja. So, kommst du? Ja, sofort, sofort. Ich, ich, ich bin hier voll im Verkaufswahn. Ja. Eine Frau im Verkaufswahn, das erleben sie auch nur hier in diesem Let's Play. Das gibt's auch. Ich hab hier 2000, ähm, 2000 Goldstücke schon jetzt, von 100. Krass. Ja. Oh, das ist gut. Das ist, oh, ich bin in Ohnmacht gefallen. Ich auch. Herrlich. Äh, bei mir steht gerade der Tipp, halte Shift gedrückt, um einige Aktionen im Inventar zu beschleunigen. Okay. Ich will mal gucken, was das macht. Oh, ich hab einen Pilz gefunden. Hä? Fliegenpilz. Soll ich damit Oskar vergiften? Bitte. Ja, ich glaub, das ist aber leider nicht so einfach. Hä? Oh. Ich verkauf dir mal. Hä? Aber... Ich höre nur, hä und höh. Ja, aber was meint der mit, äh, beschleunigen im Inventar? Äh. Da beschleunigt der gar nix. Gute Frage, gute Frage. Ich weiß da auch momentan noch keine Antwort zu. Okay. Ähm, ich melke die Kühe. Oha. Äh, ich hab grad voll den Ladefehler. Wie? Oha. Oha. Oh nein. Was los? Ich bin in so einem Nichts geladen. Oh. Oh, bin ich wieder rausgeflogen? Ähm. Oh Gott. Ich laufe hier durch nichts. Ah. Okay, ein Bug. Ja. Neuladen? Ähm, ja, dann geh ich mal... Ah, doch, doch, doch. Hat geklappt. Jetzt bin ich wieder... Sehr gut, sehr gut. Brauchte nur eine kurze Weile. Mhm. So, wo war denn jetzt der Baum, den ich vorhin... Ach, hier hinten. Hallo, Loki. Miau. Boah, das ist süß. Und Rover. Oh, der... Ich find der Rover, der sieht unglaublich putzig aus. Hast du schon die Kühe gemolken? Ja, hab ich. Okay, super. Ich war so frei. Und dann gieße ich mal... Und ich, äh, hacke wieder. Ja. Heute sollte ich eigentlich den Baum auch fertig kriegen. Ja, ich mach's ja nur der Optik wegen. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Weil ich das halt nicht leiden kann, wenn dann so eine Baumkrone so in der Luft hängt. Oh, aber das mit diesem mehrfach wegmachen, das ist echt Gold wert. Ja. Definitiv. Aber das gab es zum Beispiel bei Stardew Valley auch beim Gießen, dass wenn du... Geht das hier auch? Oh, bin ich blöd gewesen. Aber du kannst einfach halten, ne? Ja. Sorry, das hätte ich dir sagen können. Mensch, ich ganz... Oh, ja, mein Gott. Jetzt kein Wunder, dass ich hier so ewig fürs Gießen brauche. Oh, sorry, das hätte ich dir eigentlich sagen können. Ja, ich hätte ja eigentlich auch eher drauf kommen können. So, fertig gegossen. Ja, das geht sehr schnell. Das geht sehr schnell dann. Ja. So. Gott, oh, Gott, oh, Gott. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, dass das jetzt hier gerade ein bisschen öde ist mit diesem Baum. Okay, aber Optik muss sein. Wie viele Fenster brauche ich denn noch? Zwei. So ein Fels, so ein leeres, was du da quasi in die Wand gemacht hast, in zwei Fenster? Oder? Nee, ich hatte noch Seitenfenster. Wir haben ja Seitenfenster und dann wollte ich ja noch eins vorne dran machen. Ja. Damit das ein bisschen hübsch aussieht. Und ich vergesse immer dran, dass ich das Ding noch drehen muss, das Fenster. Dann hängt es quer im... Ja, das mit diesem Drehen, das müssen die ändern. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es dafür bestimmt auch eine Taste gibt, um Sachen zu drehen. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Hoffe ich doch. Ich habe sie aber auch noch nicht gesucht, muss ich zugeben. Also mit Mausrad da... Verkrampfen sich ein bisschen die Finger, ja. Jetzt fällt sich Cookie mit dem Hintern direkt in die Öffnung, wo ich das Fenster machen möchte und ich kann es jetzt nicht platzieren. Ja, wie immer Elle. Weg da. Wie immer Elle. Einfach nur ständig am Disney. Weg da. Ja, ich fühl mich hier... Da... 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 Ja, also ich finde, ich finde es auch ganz schön und dann haben die es hier auch schön warm und kuschelig. Gefällt mir. Oh, ich habe das Ende der Baumkrone. herrlichen herzlichen glückwunsch die bäume schon angelegt das sieht richtig schön aus dankeschön das gefällt mir ja so eine schöne große offene fläche wo habe ich denn meine sense gelassen ich glaube die habe ich verloren das ist mir auch schon passiert dass ich sachen einfach einmal habe ich sogar gedacht dass die werkzeuge vielleicht doch kaputt gehen weil ich mir echt nicht erklären konnte wie ich werkzeug aus dem inventar losgeworden bin und dann habe ich dann aber irgendwo gefunden weil ich glaube wenn du eine taste gibt es da kannst du sagen kuh müsste es sein habe ich ja vorhin auch festgestellt dass man mit kuh sehr gut schnell sachen fallen lassen kann ich habe gerade eine phoenix entlang laufen sehen ich hole jetzt habe ich gerade einen schluck wasser getrunken und fast aufs mikrofon gespuckt aber bitte ja ich hole gerade noch ein paar steinfliesen für den keller sehr gut sehr gut dass der keller auch mal fertig wird hier ich muss auch noch die wände fertig machen wäre wahrscheinlich schon längst passiert wenn ich sehe wahrscheinlich wäre es nicht schon längst passiert weil ich wieder irgendwas anderes gefunden hätte ich bin da auch so schlimm bei minecraft war das auch immer schon jetzt hat sich die baumkrone gerade zu einem großteil aufgelöst jetzt hat sich der baum aufgelöst jetzt ist er weg alter endlich was für eine spannung ja aber echt spannend so jetzt muss ich nur noch wir hatten den braunen steinblock ne der ist jetzt teurer geworden echt ja jetzt ist der weiße steinbock steinblock steinbock ja steinbock der weiße steinblock ist im angebot ich glaube die verändern die preise je nachdem ich auch ja aber wir haben mit braun angefangen wir werden es mit braun definitiv beenden sage ich mir auf dem klo auch immer ich habe das mit braun angefangen und jetzt werde ich mit braun auch auf ich muss gerade mal husten oh hier gibt es pflaster stein fahrt wir können hier noch fade legen und oh ja das wäre gut für unsere für unseren garten ja oder einen groben stein weg ja also das ist halt der sieht auch sparen also der sieht auch interessant aus gerade für unser kleines gärtchen komm den nehme ich mit ja klar mach da muss sowieso noch was hin tierfutter haben war im trog und so für den trog habe ich noch vier normales tierfutter habe ich nur noch eins dann hole ich tierfutter und super prima das ist so schön wenn man sich absprechen kann was ja auf jeden fall hast du holz noch mal irgendwie aber wir haben hier noch vier leichte holzplanken und diese geschnitzten die müssen müssten gerade auf der werkbank auf der schnitz die waren schon fertig ich habe neue hingelegt ich habe jetzt die geschnitzten mal weggenommen und neue hingelegt ja genau aber manche habe ich noch verwendet und die habe ich da einfach liegen gelassen ja ja ich habe die jetzt weggenommen die da lagen aber eigentlich wollte ich sie nicht wollte eigentlich nur neue quasi in auftrag geben aber na gut ach hi oh hi oh oscar so oscar äh achso ich wollte ich wollte hier nochmal so steindinger holen damit ich die wände im keller endlich mal endlich mal fertig machen kann äh die gurken hattest du gegossen genau richtig da hattest du ja festgestellt die habe ich gegossen genau so was wollte ich jetzt auch genau creme farbener blog probieren wir das mal auf 80 sollten eigentlich das ist noch irgendwas zu verkaufen hast du eigentlich die nachsaumkäfer gefunden nein ich habe keine einzigen nachsaumkäfer ist das das einzige was dir jetzt noch fehlen für den bauplan moment 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 diese angel diese fisch dieser fisch dieses fisch gestell müsst ihr relativ schnell gehen blech blech kann man ganz einfach kaufen genau bauholzberg auch kein problem nägel habe ich auch noch mir fehlt vor allen dingen der nachsaumkäfer tatsächlich ich kann gleich mal gucken ob ich den finde ich wollte sowieso noch ein bisschen holz packen nein habe ich jetzt noch eine habe ich noch das war wahrscheinlich genau die die dort hing äh zwei oh die bienen summen müssten jetzt nur noch zwei tage sein oder sogar nur noch einer bis der honig fertig ist also das mit diesem rohstein ich hoffe dass man den noch irgendwann verwenden kann aber bestimmt sonst würde der ja nicht rohstein heißen dass man den irgendwie weiterverarbeiten kann zu ziegelstein oder irgendwie sowas in der richtung genau 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 Hm. 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 Das gefällt mir echt gut, also ich weiß nicht, wie du das findest, aber mir gefällt es sehr gut. Wo denn? In unserem kleinen Gärtchen habe ich jetzt einen Weg angelegt. Ja, ich gucke es mir sofort an. Sieht ein bisschen rustikal aus. Rustikal ist nicht schlecht. Fand ich nämlich auch. Okay, hier brauche ich noch eine Lampe. Ich gucke es mir direkt mal an, das wird nämlich auch schon bald wieder Nacht. Oh ja. Ja, finde ich gut. Bisschen, ja, bisschen rustikaler. Äh, wir können die Gurken ernten. Oha. Oh, oh, oh. Äh, äh, äh. Nein, wir können sie nicht ernten. Das war nur, weil ich die Hark, weil ich die Sense in der Hand hatte. Oh Gott. Ich hab sie aber nicht, keine Sorge. Ah, da kommt Loki zu mir angerannt. Oh, voll süß. So, ähm. Also, ich finde, wir sind wahnsinnig produktiv. Ja, sind wir auch. Finde ich auch. Natürlich gibt es den ein oder anderen, der noch schneller werkelt. Ach ja, aber... Ich finde dafür, dass wir noch so... Also, vor allem denke ich auch noch so wenig Ahnung habe von dem Spiel. Ja, also, ich finde schon, dass wir ziemlich viel... Ja, finde ich nämlich auch, dass wir ziemlich, ziemlich viel geschafft haben bisher. Vielleicht kriege ich ja irgendwann noch ein Dach zusammen für unser, ähm, Farmhäuschen. Also für unsere... Ja. Für unseren Stall. Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich auch noch super, ja. Weil kaufen können wir es ja. Ja. Ich höre jemanden... Ich höre jemanden... Werkeln. Nein! Ah. Oha. Da schreit er gleich. Nein. Ich habe nicht wegen dir geschrien. Mir ist hier gerade, äh... Ich habe dir gerade einen Block falsch gesehen. Da kommt man einfach eine Effe runter und dann wird man angeschrien. Also hier soll noch... Hier soll noch eine Fackel hin, äh, eine Lampe. Die hole ich jetzt gerade auch, wenn ich wahrscheinlich auf dem Weg einschlafe. Aber egal. Ich habe falschen Stein gekauft. Verkauf ihn wieder. Ja. Das mache ich jetzt auch. Hätte ich für dich... Wobei, du brauchst ja noch das Geld, um den neuen zu kaufen. Ja. Sonst hätte ich gesagt, hätte ich für dich gemacht, aber... So... Äh, was wollte ich jetzt? Fuck. Hab ich vergessen. Achso, Lampe kaufen. Äh, gibt es... Gibt es da. Wo ist er? Du wirst langsam müde. Ja. So, nochmal 10 Lampen gekauft. Eigentlich ist es ja schon fast viel lustiger, immer zu gucken bei, äh, an welchen Stellen man eingeschlafen ist, ne? Ja. Eigentlich müsste ich auch ins Bett. Oh Gott, Oskar kommt. Ich darf nicht einschlafen. Oh nein, scheiße. Ich bin direkt bei Oskar eingeschlafen. Erstmal umschauen, ist er noch da? Oh, ne. Ach, das sind nur meine Schritte. Ähm, ähm, was macht denn Max da, der Bürgermeister? Was macht der? Der klettert auf dem Dach herum. Echt? Ja. Oh, jetzt ist der, jetzt ist der, ähm, despawned. Ich dachte schon. Äh, Hundefutter hattest du gekauft und Katzenfutter, ne? Hundefutter hab ich gekauft, ja. Okay, weil ich hab jetzt mein letztes gerade reingetan. Hoch. Okay, super. Floppy und Cookie rasten grad ein bisschen aus. Wir haben direkt vor der Tür gewartet. Und der... Oh, wie süß! Was denn? Und Rover, Rover hüpft vor der Scheunentür herum. Oh, wie süß! Und freut sich wie so ein kleiner Knirps. So, wo ist denn hier, äh, ach, hier ist noch Kacka. So, dann melken. Und dann würde ich auch gleich gießen. Ah, warte mal, die Bienen müssten fertig sein. Oh, ja! Ach nee, noch einen Tag, noch einen Tag. Oh, Gottchen. Noch einen Tag. Ah, wenn ich mal kurz, bevor ich das vergesse, ähm, das Fischgestell aus, damit ich immer sehe, was ich brauche. Na, du Rover! Du Süßer! Du Süßer, Kleiner! Na, du Süßer! Also, ich muss, ähm, die Köderbox bauen, das Fischgestell und... Da war doch noch was. Ja, nur das, äh, Schild noch platzieren. Ja, okay, das Schild platzieren, das ist... Ne, und das war's. Achso, stopp, äh, das Fass noch, das Fass. Das Fass, okay. Das findest du ja, das musst du nicht bauen, das findest du hier bei uns. Genau. Das klopfst du einfach mit so einem Hammer weg und dann... Was liegt denn hier rum? Ich weiß es nicht. Ich brauche eine Sense, um das zu schneiden, das geht gar nicht mit der Hand weg. Okay, es geht doch von... Es geht... Es wäre doch von Hand weg gegangen, ich hätte einfach nur links klicken müssen. Echt? Ja. So, dann suche ich mal gerade, weil unten beim Keller bin ich jetzt erstmal fertig. Es sieht zwar noch nicht perfekt aus, aber, ähm, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Ne, man kann auch alles nicht auf einmal schaffen. Äh, ich geh jetzt erstmal auf die Suche nach so, äh, Nashornkäfern. Das wär super. Also wenn du da was finden würdest... Kriegen wir schon. Ich find unseren Keller total schnieke. Ja. Boah, hab ich überlegt, was wir heute noch alles geschafft haben. Sehr viel. Ja. Und wir können auch schon wieder die Folge, äh, abmoderieren. Oh Gott, ja. Wir sind schon wieder bei über 20 Minuten. Es ist... Es ist, ähm, zum Haare raufen, also ich, also jetzt nicht wirklich zum Haare raufen, aber es ist schon der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, sehr krass. Sehr, sehr krass. Ja. Definitiv. Ja, dann an der Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und, ähm, bis zur nächsten Folge. Genau. Hoffentlich. Macht's gut und bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.